So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Der Kalle für euch am Mikrofon aus Uncharted 4. Hier geht's weiter. Und dann folgen wir mal Sully, wo er denn hin will. So, an die Ausgangstür, so wie es aussieht. Okay. Okay. Ich glaube, das ist Sam's Turm. Auf jeden Fall ist das Sam's Turm. Komm schon, hier lang. Schön die Knarre einstecken und wieder durch den Markt durch. Excuse me more. Nicht lange dauert es wohl, bis Rating hier ist. Wir sollten jedenfalls nicht auf ihn warten. Okay. Dann mal ein bisschen zügiger hier. Sorry, Mann. Hier, Antoine. Nee. Scheiße. Warte aus dem Weg. Ach, shit. Wie war die Steuerung noch gleich? Ah, ja. Zieh und so. Ach, shit. Da kommt er gleich wieder. Da sind leider nicht mehr. Oh, Gott. Oh, shit. Alter. Boah. Okay. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile wieder nicht gedattelt. Da muss ich mal, ähm... ...wieder ein bisschen reinfinden jetzt. Okay. Wir müssen da hin, davor nehme ich an. Boah, Alter, 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 Alter. Wir müssen das trotzdem nicht weg, aber wir haben uns wohl entdeckt. Boah. Da. Da. Oh. 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 Boah, ist das krass hier. Ich treffe kein Scheutentor, ey. Das finde ich wahr sein. Wir nehmen hier alles auseinander. Ich treffe ja gerade gar nichts. Jetzt habe ich ihn. Okay. Trophäe haben wir erhalten. Das ist ja schon alles. So, wie darf ich denn nochmal Granaten? Ah, ja. Wieso? Alter, Alter, Alter. Boah, shit. Da kannst du ja nur verrecken, weil ich mitten rein renne. Meine Hand. Was geht denn ab? Boah. Kein entkommen. Alter, ich treffe die Brüder nicht. Gott. Mach. Ja, die machen. Da ist der Leiter. Alter. Okay, so. So weit haben wir es jetzt wieder. Ab zum was? Ich verstehe nicht, was er will. Ja, und jetzt noch in das Welt. Alter. Ich bin schon auch noch ein bisschen. Können wir mal die Karnate dabei? Oh Gott, dann haben wir auch. Mann, da kommt mir ja gar nicht zum Reden vor lauter Action-Leaders. Die Treppe rauf, die Treppe rauf. Alter, lauf doch. Hast du Spaß? Das ist jetzt bald. Ja, das war's für dich. Gut. So, Moment, Leute. Ich muss jetzt hier erst noch mal ein bisschen checken. Okay, so springe ich hoch. So. Okay. Und jetzt? Ich denke, die haben wir jetzt im Schiet. Ah, ja. Ich muss halt auch fahren. Komm mir zu Sam. Einfach immer nach unten. Ideal. Nee, da sind noch mehr. Verdammt. Die haben überfahren. So, sauber. Oh Gott. Oh Gott. So, wieder mal Action-Leaders. Oh, 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 oh. Boah. Alter. Um Gottes Willen, ey. Wie ist das zu schaffen? Das ist ja grausam. Okay. Mist, 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 Mist. Okay, der sah gut aus. Das habe ich gleich erkannt, das ist ja grausam. Immer schön durch die Pampa. Alter. Ich bin im Park geheizt. Vom Allerfeinsten. Alter. Wo kommt sich denn hin? Da lang nicht. Da runter. Oh, Alter. Oh, Halt, 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 Halt. Alleheblich, lass mir laschen. Wir haben den ganz schalt. Los, weg hier. Los. Mann. Ich fahr dann mal hier durch. Was soll ich jetzt machen? Komm mal hoch. Die Treppe hoch. Ah ja, mir hier. Los. Und jetzt fahrt's weit von hier runter. Raid will uns wirklich loswerden. Meinst du echt? Oh, oh, oh. Hey, Nate. Ja? In dieser Stadt können wir uns nie wieder blicken lassen. Liste wird länger. Saat. Alter. Wie krass das ist. Wie krass. Was ist denn jetzt hier? Geht's hier nicht weiter. Echt jetzt? Das ist ein Gelände, Waren. Ah ja, hier. Shit. Oh, die Mauer hat er mitgenommen. Okay. Wann soll der Laster mal vorbeikommen? Keine Angst, ich schaff das. Oh, Alter. Was geht denn ab? Boah. Heilige Scheiße. Ja. Aber mal ganz krass. Vorhaben steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Wie soll ich denn hier runterkommen? Sam schafft's nicht, wenn wir noch nicht runterkommen. Ja, ich muss ja gucken, wo ich hier runterfahren kann. Wir sind ein Bauerfreund. Wir müssen da hoch, wahrscheinlich. Wir sind fast da. Alter, ausschau nach Sam. Hey, ich glaube, da ist er. Da drüben. Festhalten. Was denkst du, was ich hier mache? Komm, wir zu ihm. Keine Ahnung. Voll geil, seit diesem Konvoi da. Mann, Mann, haben die langsam genug Schläge auf uns gehetzt? Ja, wir leben doch. Also, wir wollen auch nicht. Wir wollen hier. Da haben wir Kurven gehen hier rum. Oh, 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 ah! Ach, Alter. Ich steh mal an, wir müssen hier langfahren. Okay. Okay. Weh! Oh man! Oh shit! Oh, 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 oh! Nice, kids! Come on! Hey! Nein! Endshaft jetzt! Shit! Oh shit! Boah, Alter, was ne Mission! Gleich wieder so einsteigen, wenn es ne ganze Weile nicht gedaddelt hat, ich sag's euch! Das ist gar nicht so einfach! Ich kann hier auch nichts machen, was hier aussieht! Ah, nur ein bisschen! Alter, der Arsch! Ja, anscheinend! Nein! Ja! Ah! 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 Schicksal, 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 schicksal. Schicksal, 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 schicksal. Schicksal, schicksal, schicksal. Schicksal, schicksal, schicksal. Oh Gott. Verraschend. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, jetzt ist die Knarrische wieder leer. Komm, zieh ich da hoch. Komm. Ja, und jetzt? Ah ja, okay. Ich brauche eine andere Waffe. Ja. Zieh aber ein bisschen vorwärts gehen. Oh, Alter. Jetzt bin ich weg. Oh Mist. Alter. Kommt her. Kommt, wie du die... Gut. Alter, wo schießt denn hier noch einer? Ach, da ist noch einer um den Torwart, ich fasse es nicht. So. Nein! Oh Gott! So, geht's hoch. Wow. Good. Yeah, gut. Oh, wow. Wow. So. Jetzt sieht die Sache hier schon ein bisschen eleganter aus, glaube ich. Hoffe ich. Okay. Jetzt fängt er es wieder an. Ach, kommt fast ein bisschen ohne. Oh Gott. Das kannst du ja nicht durchhalten. Ganz ehrlich. Jetzt soll das funktionieren. Komm, hoch da auf der Lkw. Nein. Oh Gott. Leute, Alter. So. Das hat sicher Weg getan. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der natürlich wieder nachlagt. Wow. Oh shit. Okay. Du musst dein Fahrzeug. Oh. Aus mit dir. Alter, Motorräder gibt's nicht. Das kann man ja ganz leicht so. Alter. Suck.